In Europa, da liegt momentan ein echter Brummer. Hier befindet sich Deutschland, hier die britischen Inseln und hier oben ist Island zu finden. Und in der Nähe von Island, da hat sich ein Super-Orkan mit dem Namen Victoria gebildet. Der Luftdruck im Inneren des Orkans ist mittlerweile abgesunken auf 920 Hektopascal. Das sieht man kaum noch auf der Isobaren-Karte. Die liniengleichen Luftdrucks sind so dicht gedrängt, da kommt im Grunde nur noch eine ganz weiße Masse heraus. Ja, und dieser Super-Orkan, der ist durch eine sogenannte Bombogenese entstanden. Das bedeutet, der Kerndruck im Tief ist binnen 24 Stunden um mindestens 24 Hektopascal abgefallen. Und bei so einem starken Luftdruckabfall, da sprechen wir Meteorologen von einer sogenannten Bombogenese. Ja, und wie geht es nun weiter? Schauen wir uns erstmal die Großwetterlagen-Karte an vom gestrigen Samstag. Und wir sehen am Samstagmorgen, da lag der Orkan noch ein bisschen weiter westlich von Island entfernt, hat sich aber nun bis zum heutigen Sonntagmorgen weiter bewegt Richtung Island. Hier wieder die britischen Inseln und hier ist Deutschland zu finden. Und wir sehen auch bei uns in Deutschland, da werden die Isobaren heute dichter. Und das heißt, da kommt Wind auf und vor allen Dingen im Norden und Nordwesten zum Teil auch Sturm. Einzelne Sturmböen sind möglich, auf der Nordsee auch einzelne Orkanböen. Ja, und das Ganze zieht dann weiter bis zum Montagmorgen an Island vorbei. Und wir sehen, das Ganze schwächt sich wieder etwas ab. Der Luftdruck steigt dann schon wieder an. Aber hier im Norden, da befinden wir uns teilweise immer noch im Windfeld dieses Super-Orkans. Und das heißt, auch bei uns in Deutschland kann es dann weitere schwere Sturmböen geben. Das hier ist mal die Ensemble-Vorsage westlich von Großbritannien am gestrigen Samstag aufgenommen. Und wir sehen da teilweise Spitzenböen bis zu 150 Kilometer pro Stunde. Lokal sind es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, so 170 bis 180 Kilometer pro Stunde sollten da drin sein. Vereinzelt ist sogar von bis zu 200 Kilometer pro Stunde in Böen die Rede gewesen. Ja, und was heißt das nun heute für uns in Deutschland? Wir sehen hier auch viel Windsturm, vor allen Dingen hier im Nordwesten 80 bis 90 Kilometer pro Stunde. Auf der Nordsee auch mal Orkanböen bis zu 120 Kilometer pro Stunde. Und hier weiter runter im Westen immerhin noch 70 bis 80 Kilometer pro Stunde. Aber insgesamt alles viel geringer als beispielsweise am vergangenen Sonntag und Montag ausgelöst durch das Orkan-Tief Sabine. Also Viktoria ist da für uns etwas gnädiger. Und auch der Süden und der Osten, die bekommen deutlich weniger Wind ab. Also insgesamt eher ein Stürmchen hier im Nordwesten, aber nicht mehr der ganz große Sturm. Zumindest nicht bei uns in Deutschland. Da kommen wir noch mal mit einem blauen Auge davon. Und zum Schluss noch ein Blick auf die Wetterkarte vom heutigen Sonntag. Und wir sehen, es wird verdammt warm. Auf der Vorderseite vom Orkan-Tief Viktoria kommt sehr warme Luft zu uns nach Deutschland geströmt. Flächendeckend zweistellige Höchsttemperaturen um 14 bis lokal 20 Grad im Südwesten. Das sind wirklich rekordverdächtige Werte. Aber es war im Februar schon mal wärmer gewesen. Und zwar in Jena. Da wurden schon mal über 22 Grad im Februar gemessen. Das war aber im Jahr 1900, also schon lange vor der Diskussion um das Thema Klimawandel und Klimaerwärmung. Also man sieht, auch damals gab es schon Temperaturrekorde. Dazu heute insgesamt im Norden vor allem viele Wolken, immer wieder Regen. Im Rest des Landes auch ein paar dichte Wolkenfelder, aber stellenweise auch mal etwas Sonnenschein und deutlich trockener. Und wie gesagt, im Nordwesten und im Westen gibt es zeitweise heute einzelne Sturmböen. Der große Sturm wird es aber bei weitem nicht sein. Ja, das war es vom Wetter am Sonntag.